Die Kuh hat gestern gerade frisch gekalbert. Ja, es kalt gerade am Sufen. Jetzt hat es gerade aufgehört. Ja, das Kalb sauft gut. Und das habe ich gerade nach der Geburt gepackt. Da habe ich den Nabel noch getippt. Ich mache immer ein bisschen Betadine-Jodlösung mit Wasser in einem Bonfiglas. Ich zeig die. Ein bisschen anmischen und mache so den Nabel die ersten paar Tage am Anfang, noch jeden Tag einmal so nachgetauchen. So gibt es keine Nabelentzündungen. Wir hatten hier die Zeit lang immer Nabelentzündungsprobleme. Und dann habe ich mir auch gerade die EM1-Spritzer voll in die Schnurre gegeben. Das ist wegen dem Durchfall. Das habe ich jetzt die Erfahrung. Die Kalbe, die ich in die EM gebe, haben keinen Durchfall. Das hat es einem nicht gegeben. Es hat keinen Durchfall gehabt. Echt schlimm. Und ja, das ist eine einfache Sache mit der EM1-Spritzer. Jetzt ist es noch ein paar Tage hier in der Abkalbebox. Da können wir auch beobachten, ob das Kalb sauft, ob es zu fähig ist. Dann machen wir noch die Ohrenmarken rein. Und dann kommt sie wieder zu der anderen Teherd. Stacy der 27 und mit der Anhaltende Arten. Anhaltende Arten. Vielen Dank.